Papier wird in Produkten verarbeitet, in denen es zum Beispiel meine Freunde nie erwartet hätten. Das macht Papier für mich so spannend. Als echter Global Player werden wir bei Felix Scheller für Auslandspraktika von Anfang an beraten und unterstützt. Bleibt für mich nur die Frage, ob Ost- oder Westküste USA. Besonders gut finde ich, dass Felix Scheller mir die Übernahme nach der Ausbildung garantiert. Und das iPad, was mit dem Ausbildungsstand bekommt, ist auch nicht schnell. Strukturierte Einarbeitung ist bei Felix Scheller nicht nur eine Floskel. Das wird echt gelebt und sorgt dann für einen problemlosen Einstieg. Initiative zeigen lohnt sich hier. Ich habe in kürzester Zeit meine eigenen Projekte und echt schon Verantwortung gekommen. Ey, ganz ehrlich, wer kann schon von sich behaupten, dass er mit Maschinen mit 6000 PS arbeitet? Die Arbeit an den riesigen Maschinen macht mir tagtäglich Spaß. Einer meiner Ausbilder hat hier bei Felix Scheller bereits seine Ausbildung gemacht. Heute hat er richtig was zu sagen. Dass wir das alles mit einem nachwachsenden Rohstoff machen, ist für mich unglaublich wichtig. Paper made for life eben. The White House at mir ist live und in der Rekordnahme. Ich hab mich ge sharing auf den Rekordnahme. Die Rekordnahme war ein paar Tage die Leute zu hören. Der Monatschland ist für mich wie der Rekordnahme. Wir haben heute noch einen sehr vieles Ziel. Der Rekordnahme Naomi, der Rekordnahme ist am Anfang der Rekordnahme.